So, da sind wir zurück im Zug. Was haben wir denn hier? Ja, die machen wir ja gerade. Gut, wo ist mein Safe? Tausend. Den Verfolger verfolgen. Locken Sie Ergendsverfolger zurück in den Zug. Okay. Ist das jetzt ne Nebenmission? Oh, nehm. Ach so, ja. Ähm. Wie geht's denn hier raus? Ach, da, Treppe. Oder wenn eben den Spider-Man-Aufzug. Geht's hier irgendwo? Na dann nicht. Wird weh tun. Aber doch nicht. So, hier ist einmal der Bahnhof. Jetzt haben wir den auch schon gesehen. Ja, ja. Du mich auch. Auto. Kutsche. Oh, jetzt müssen wir den auch noch kriegen. Ja, ja. Ich mach schon, ich mach schon, ich mach schon. Guck, guck. Yay. Fahren. Einmal meinen Sportwagen. Sorry. Hab keine Hupe. Bella hat sie noch nicht erfunden. Upsala. Wieso kann ich da meine Dings nicht so machen? Agnes, sei vorsichtig. Du wirst von einer Bande gesucht. Ist nicht wahr. Mir ist nur ein beklopfter Kerl auf den Fersen. Ganz sicher? Sicherer geht nicht. Ich hab dich im Auge, Junge. Du verfolgst meine Agnes? Sie ist meine Chauffeurin. Wo willst du hin? Ah, wieder sowas. In meinem Sichtfeld halten. Ehrlich, Junge? Was macht der Mann da, Mama? Ups. Du blöder Schwachkopf. Verzeihung, diese Frau ist in einer bedeutenden Gang. Gang? Welche Gang soll das sein? Ich glaub, sie ist in einem Zug. Klingt nach den Bastarden, die Kalef besiegt haben. Alarmiert die Leute auf den Dächern. Die schalten wir aus. Da ist sie ja, die da, die von diesem Vollidioten verfolgt wird. Ah, super. Boah. Boah. Was? Was? Läufst du vor mir, Weng? Da solltest... Was? What? What? Gibt er mir Kopfnuss? Und das nur, weil meine Messer auf einmal wieder leer waren. Ich dachte, vor jeder Mission shoppen gehen. Ich bin der Schmerz. Wieso geht dieser 360 nicht? Ezio konnte es ja auch. Na, komm hoch! Da ist sie! Erledigt sie! Oh! Geht doch! Direkt auf dem Kopf ziehen! Ja, die sind gefährlich! Die planen einen Hütterhalter am Bahnhof! Sei doch nicht albern! Ich muss den Bahnhof vor Elgnes erreichen! Ja, super! Komm schon! Ich drücke B für runter! Ah! Sorry! Ah! Komm schon, hoch 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 hoch! Komm, Liebchen! Hoch jetzt! Toll! Ah! Hier gibt es nicht mal ein offenes Fenster! Ah! Komm schon! Komm schon! Habe ich es jetzt geschafft? Ah! Komm schon! Komm her! Ja! Wow! Übertreib mal nicht! So, weg mit dir. Bamm, 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 bamm. Wow, 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 wow. Joa. Geht doch. So, ich brauche ein bisschen Munition. Dankeschön. So. Wer bist du? Äh, Nigel, Nigel Bumble. Warum folgst du uns? Ich, ich will in ihre Gang. Ach, um Himmels Willen. Jetzt weiß er, wer wir sind. Na gut, Kleiner. Du kannst mir helfen, den Zug sauber zu machen, wenn du keine Angst vor Dreck hast. Ehrlich? Fantastisch. Sie, sie werden es nicht bereuen. Juhu. Ja, sorry. Ging leider nicht. Okay. Juhu. Ach so, das sind nur so Nebenmissionen. Du hast Henry mit deinem Klavierspielbild, hörst du nicht wahr? Und du nicht die falschen Tassen. Ja, ja. Händler. Äh. Hallo, ich will da durch, Jungs. Einmal bitte hoch. Dankeschön. Einmal runter. Nur wegen den Idioten darf ich nach vorne, äh, über den Zug laufen. So, alles auffüllen. Moment, ich muss jetzt mal kurz gucken. Oh, wir sind hier. Wo muss denn hin für die Messie? Ach, du Scheibe. Ähm. Herstellung. Upgrades. Medizinflasche. Ah, da fehlt mir da. Fell fehlt. Fell fehlt mir. Ach so. Ups. Klar, voll Cheater-Paket hier. Ne, danke. Ja, Ausrüstung. Moment mal, ich hab doch den hier. Äh. Bringt mir aber recht wenig. Fähig. Der auch. Der auch. Sonst hab ich alles, was ich brauche. Fähig. Fähigkeiten. Drei. Drei. Warte, nee, Moment. Das da wollte ich ja. Kauf. Baaah. 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 Assassin's Zabfoto. Was ist das denn? Ah! Nett, okay. So, hier haben wir alles. So, wow. Was, ich habe schon mit demselben die beste Waffe, oder was? Boah. Hey, der ist sogar noch besser. Sie benötigen Level 5. Okay. Okay. Wow. Ja, den will ich haben. Oder den. Herrgestellt werden? Ja, stellen wir her und Level 6. Okay. Kein Problem. Äh, warte. Was war da hinten? Ja, wir fahren ja weg davon. Spring! Danke. So, ich hätte gerne eine Kutsche. Auto. Gibt es mir. Äh, ich sollte vielleicht nicht ein Auto klauen, wo ich erst noch eine halbe Stunde drehen muss. Los geht's! Und jetzt erstmal einen Kilometer fahren. Ja, ja. Jum. Jum. Boah. Sorry. Ich hoffe, ich bin versichert. Falls es sowas hier gibt. Schon. Gab sowas schon 1886? Weiß ich jetzt gar nicht. Falls ihr es wisst, ne? Wissen wir aber Bescheid. Unterschreiben. Das würde mich jetzt mal interessieren. Hab jetzt gar keine Zeit zum Muggeln. Komm, gib Gas! Ich hab extra Lachgas einspritz... Lachgas einspritz und einbauen lassen. Ja! Ja! Rekrutieren, ne? Sorry! Alter, die Gegner sind ja echt überall. Okay, Bremsung von einer halben Stunde. Mr. O, Sie sind wahrhaftig der unausstehlichste Flegel, den ich je das Unglück hatte, zu meinen Bekanntschaften zählen zu müssen. Mr. Dickens hatte recht. Selbst das schlechteste Wetter kann Ihnen nichts anhaben. Schlechtes Wetter. Das tut jetzt mal dennis. Ja! Derbische Untertitel ist für die Erechaunen Wetter. Untertitelung des ZDF, 2020